aber politisch höchst gefährlich. Diese Panzer werden genauso niederbrennen wie all die anderen, sie kosten nur sehr viel. Bei einem Treffen mit Studenten an der Moskauer Staatsuniversität stellt Präsident Putin heute Deutschland als verlängerten Arm der USA dar. Streng genommen sind es formal und rechtlich gesehen US-Besatzungstruppen, die sich auf dem Territorium Deutschlands befinden. De facto sei das so, sagt er. Die angekündigten Panzer helfen laut Beobachtern der Ukraine. Ein Game Changer, ein Wende.